Norddeutscher Rundfunk 2021 Dann rate ich Ihnen am besten zu diesem Modell. Die hat 100% UV. Good one. 35 kostet die. Wo ist denn das Zeug her, Kleiner? Aus einer Lagerräumung, Monsieur. Aus einer Lagerräumung? Ich hab Arsch, du Wichser! Hast du einen gekauft? Klar hab ich einen gekauft! Wo hast du das gelernt? Ich hab zugeguckt. Ganz einfach. Soll sich anfühlen wie ein Babypo. Und wie viel verlang ich noch mal? Du hast den ganzen Belag gewachst. Also mindestens 200. Would you like to join us? Ja. Oh, vielen Dank. Danke, Madame. Wir haben deinen ganzen Kram ausgegraben. Den kleinen Müll zum großen Müll. Und? Wie findest du sie? Die Spitze. Die macht einen hübschen Arsch. Ach, du bist doof. Wo wohnst du sonst, Simon? Natürlich bei meinen Eltern. Unsere Familie ist wie die Bronx. Deshalb ist er da. Er kommt, er geht. Was ist das für eine Geschichte? Was soll denn der Scheiß? Ich hätte sie 100 pro noch gesagt. Was wird das schon ändern? Was wird das schon ändern? Was wird das schon ändern? Untertitelung des ZDF, 2020